Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Reworld. In der letzten Folge habe ich mich ja fast ausschließlich mit den Bedürfnissen der Kolonisten beschäftigt. Und Aladin ist, glaube ich, ein Hund gewesen, der jetzt leider gestorben ist an Nahrungsmangel. Ich glaube, der war irgendwo in diesem Bereich, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, auf jeden Fall habe ich mich fast nur ausschließlich um die Bedürfnisse gekümmert und ich hoffe, dass wir heute mal noch ein bisschen die Wände hier ausbauen können, wenn dann endlich mal jemand hier die Arbeiten übernimmt und ein paar Sandsteine herstellt. Und ich hoffe, dass auch heute nochmal ein großer Angriff kommt, damit wir endlich mal wieder ein paar Leute gefangen nehmen können. Ja, auf jeden Fall werde ich erstmal auf Jens Vorschlag eingehen und das Heimatgebiet ein bisschen verkleinern, dass hier nicht so viel gereinigt werden muss. Zum Beispiel hier draußen, das können wir ein bisschen kleiner machen. Da muss auf jeden Fall nicht gereinigt werden und auch eigentlich nicht gelöscht werden. Ich denke mal, das Kraftwerk ist ganz gut geschützt durch die Mauer. So, dann machen wir das mal hier ein bisschen kleiner. Ich denke mal, wir könnten eigentlich auch hier das alles ein bisschen kleiner machen. Das müssen wir dann natürlich später reinigen, wenn wieder ein Angriff kommt oder so. Und da viel Blut liegt, das wäre schon ganz gut, glaube ich. Ansonsten, das können wir alles wegsetzen. Das hier können wir auch alles wegsetzen. Falls es dann brennen sollte, kann ich das Heimatgebiet ja immer noch wieder reinsetzen. Aber jetzt erstmal so. So, und was ich dann auch machen muss, ist natürlich hier das automatische Erweitern des Heimatgebietes ausstellen. Gut. Und vielleicht hier oben können wir auch noch ein bisschen was verkleinern. So, aber das dürfte eigentlich reichen. Können hier vielleicht nochmal ein bisschen verkleinern. Wobei hier, glaube ich, sowieso erstmal keiner hinläuft. Von den Kolonisten. Und hier können wir das auch nochmal ein bisschen kleiner machen. Ich denke mal... Ja, ich weiß nicht. Hier könnte ich es eventuell auch nochmal kleiner machen. Na, komm, machen wir das hier auch nochmal kleiner. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das die Ernte beeinflusst, wenn jetzt hier was geerntet wird. Nee, dürfte eigentlich egal sein. Ach, egal, wir lassen es mal so groß. Das ist schon in Ordnung. Gut. Ansonsten hat er mir noch vorgeschlagen, dass ich auch mal irgendwie ein bisschen in Brandschutz investieren könnte. Also ich hatte ja vor Ewigkeiten den Löschhaumwerfer erforscht. Den könnte ich jetzt mal anfangen, irgendwo hinzubauen. Also ich weiß, in der anderen Kolonie macht es, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn als in dieser. Beziehungsweise hier müsste ich halt komplett überall was hinbauen. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall bei den Geschützen mal was hinbauen. Mach das mal irgendwie so. Das geht dann bis hier. Dann so vielleicht. Und nochmal eins hier drüben. Ich würde auch irgendwann gerne mal noch die Geschütze komplett hier durchziehen. Aber ich glaube, Bauerteile mäßig wird es noch ein bisschen dauern. Stahlmäßig sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber ich würde noch ein bisschen warten. So, jetzt ist die Frage, soll ich vielleicht hier oben auch nochmal einen Löschhaumwerfer hinbauen? Oder vielleicht hier drinnen? Ich denke mal, hier wäre es vielleicht ganz gut, weil hier halt relativ wichtige Materialien liegen. Ja, bauen wir einfach mal hier noch einen hin und hier. Und ansonsten... Ich weiß nicht, hier einen reinzubauen, brauche ich, glaube ich, nicht. Ja, ich würde es mal so lassen. Dann gehe ich mal nochmal in die andere Kolonie und baue hier nämlich auch ein paar Löschhaumwerfer hin. Machen wir das mal vielleicht irgendwie so. Und irgendwie so und... Und so vielleicht. Na ja. Und dann verbinden wir mal noch die Sachen hier neu. Gut, dann müssen wir natürlich noch ein Stromkabel bauen. Aber das passt eigentlich. Sieht auch schon ganz gut aus. Ansonsten haben wir Yassi noch eine Nacktheit. Stimmt, ich glaube, wir hatten noch eine Hose irgendwo reingesetzt. Da muss ich nochmal gucken. Genau, dann schicken wir die Kapsel mal kurz rüber. Da müsste jetzt eine Hose drin sein. Und dann hat Yassi auf jeden Fall was zum Anziehen. So. Und wir hätten vielleicht ein bisschen Treibstoff rüber schicken können. Ah, das mache ich dann mit der nächsten Kapsel einfach. So, Yassi, nimm dir mal die Hose. Ah, und ich hatte genau... Marmor-Blöck hatte ich auch noch rüber geschickt. Da muss ich auch nochmal gucken. So, die Schutzweste von dem Toten. Die würde ich mal ausziehen. Können wir die irgendwie erstmal reinschleppen? Genau. Und dann verweigere ich sie mal. Sonst zieht sie irgendjemand wieder an. So. Okay, das passt an sich. Gut. Dann können wir nämlich hier mal gucken, ob wir hier ein bisschen was mit den Sandsteinen... Oder eine Sandsteinwand hier drum herum bauen. Das wären 30. Nochmal 30. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird nicht ganz reichen. Machen wir das mal so. Und den Rest dann aus Schiefer. Sieht dann wahrscheinlich ein bisschen witzig aus, aber das wird schon passen. So, kartoffelmäßig sieht es gut aus. Mahlzeitmäßig haben wir auch alles, was wir brauchen. No Game of Life stellt fleißig Bauteile her. Also ich denke mal, da müssen wir erstmal nicht mehr viel machen. Können hier ein bisschen beschleunigen. Können wir mal nach den Tiefenbohrern schauen. Ja, die sind nämlich langsam fertig oder beziehungsweise aufgebraucht. Dann habe ich hier noch ein Krankenbett anscheinend falsch installiert. Gut. Ein Blitzsturm. Hm. Ja, dürfte uns jetzt hoffentlich erstmal nicht so beeinflussen. So, jetzt das Warten auf den nächsten Angriff. Wir haben ja noch einen Gefangenen. Da könnte ich auch mal kurz vorbeischauen. Wie es dem so geht im Grill. Klein, klein wenig eindrucksvolle Baracke in Dunkelheit. Okay, wir könnten hier vielleicht eine Lampe bauen. Eine Lampe, ich weiß nicht. Müssten wir ein Stromkabel verlegen. Vielleicht ein bisschen unnötig. Wir könnten vielleicht, das ja genau, ich weiß was wir machen. Wir bauen da mal noch eine Skulptur hin. Okay, wir haben anscheinend nur noch gute Skulpturen. Ich gebe dir mal zwei Stück. Das dürfte erstmal reichen, um den Raum ein bisschen schöner zu gestalten. So, mehr würde ich jetzt erstmal nicht machen. Gut. Ansonsten, ja, ein paar Sandsteine sind hergestellt. Aber das reicht auf jeden Fall nicht, um komplett die Wände hier abzubauen. Wir haben bewusstlosen Kolonisten gehabt. Was ist hier passiert? At home. Was ist mit at home passiert? Kann ich jetzt nicht nachschauen. Ich muss ihn erstmal reinschleppen. Was hattest du at home? Oh, du hast ziemlich viel Alkohol getrunken. Das ist schlechter. Du solltest erstmal keinen Alkohol mehr trinken. Haben wir echt noch so viel Bier hier rumliegen? Oh ja, wir haben 114 Bier. Wir verweigern das mal ganz kurz. Du hast dir aber echt die Kante gegeben, ha? Verkatert. Ja, das ist kein Wunder, wenn du so viel gesorfen hast. Aber wenigstens bist du nicht süchtig geworden. Mach das jetzt irgendeiner. Fanda reinigt. Oh, wir haben richtig schmutzig die Colony gerade. Was wir auch machen könnten, halt hier Skulpturen reinbauen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch große Skulpturen in Auftrag habe. Ja, ich habe auf jeden Fall noch ein paar in Auftrag. Dann könnten wir nämlich in diesen Raum hier, weil ich glaube, der zählt auch als Raum. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, wo das überhaupt war. Doch, das zählt auch als Raum, weil das ja geschlossen ist. Abscheulich. Ja, den müssten wir dann vielleicht auch nochmal ein bisschen verbessern. Ich weiß nicht, ob ich kleine Skulpturen reinbauen soll. Vielleicht wären kleine Skulpturen auch gar nicht mal so schlecht. Ich probiere das mal aus. Irgendwie hier eine. Dann hier drüben eine, so an den Ecken vielleicht. Dann hier eine. Eine schäbige brauchen wir nicht. Nee, haben wir nicht noch ein paar gute? Nur normal. Okay. Aber Syotex müsste doch eigentlich mittlerweile einen ziemlich hohen Skill haben. 16, fast 17. Ja, ich weiß nicht. Müsste eigentlich ganz gut funktionieren. So, jetzt schaue ich mal kurz. Abscheulich. Eindruck minus 35. Jetzt installieren wir mal eine Skulptur. Ich zwinge einfach mal jemanden dazu. Riccardo. Kann ich dich mal ganz kurz? Nee. Mr. XD, du trägst Kraftstoff. Kannst du vielleicht eine Skulptur installieren? Warum will denn das keiner machen? Cranky. Habe ich irgendwas übersehen? Kann Holzskulptur klein normal nicht tragen? Kein Lagerplatz. Ich will ja auch nicht, dass sie getragen... Achso, ich habe die falsch ausgewählt. Ja, kein Wunder. Aber die hier, die möchte ich installieren. Ja. Kein Lagerplatz. Kein Lagerplatz. Kein Lagerplatz. Was habe ich denn jetzt? Ah, jetzt wird sie von einem Zwerg benutzt. Hä? Irgendwas habe ich gerade, glaube ich, übersehen. Naja. Und ich glaube, den Tiefenbauer können wir auch mal abbauen. Jawohl. So. Moment, Moment. Stopp, 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 stopp. Also, wir haben hier minus 36. Minus 35. Okay, das hat jetzt, ja, plus 1 gegeben. Ist nicht gerade viel. Also müsste ich da 35 Skulpturen aufbauen, dass es mal ein bisschen schöner wird. Schauen wir mal bei der nächsten Skulptur. Okay, das hat nicht wirklich viel gebracht. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich die Geschütze raussetzen. Ich glaube, unbedingt brauche ich die Geschütze eh nicht hier drin. Ah, nee, ich lasse die Geschütze immer noch drin. Ich gucke mal, wenn ich hier ganz viele Skulpturen hingesetzt habe, ob sich das dann irgendwie lohnt. Aber ansonsten, ja, weiß nicht. Ist der Raum halt nicht so schön. Aber ist ja kein Beinbruch. So, Boden wird noch geglättet. Das ist auch sehr gut. Wir können von mir aus nochmal kurz in die andere Colony gucken, wie es hier so aussieht. Aber ich denke mal, hier müssen wir eigentlich momentan auch nicht viel machen. Ich glaube, jeder hat auch noch irgendwas zu tun. Ja, das sieht gut aus. Wir müssten vielleicht hier nochmal ein bisschen Stahl abbauen. Das wäre auch sehr wichtig, weil No Game No Life hat demnächst nichts mehr zu machen. Weil wir, ja, so gut wie wir allen Stahl aufgebraucht haben. Also ich denke mal, hier kriegt er noch 10, 13, 14, 15 Bauteile raus. Und dann war es das eigentlich auch schon. Aber ich denke mal, wir können das erstmal noch so laufen lassen. So, die Kräutermedizin schleppen wir mal kurz rein. Na, 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 Moment, Moment. Nehmen wir die Kräutermedizin noch weiter mit. Perfekt. Und Zyotex holt sich noch ein bisschen Holz. Ich weiß nicht, da müssen wir vielleicht auch nochmal gucken, dass wir... Oh, seltene Trombos. Hey, wir können wieder seltene Trombos jagen. Wie viele haben wir denn diesmal? Oh, das sind auch wieder vier Stück. Vier Trombos, das wäre doch wieder schön. Die sperren wir wieder ein, legen ein kleines Feuerchen. Beim letzten Mal hat sich, glaube ich, jemand gewünscht, dass ich sie abschieße. Aber ich weiß nicht. Also, Trombos dürft ihr auf keinen Fall unterschätzen. Die halten ja richtig viel aus. Und ich weiß nicht, ich finde es relativ riskant, vier Trombos abzuschießen. Ich meine, ich habe natürlich sehr viele Kolonisten. Aber das Problem ist, wenn ich die nicht relativ schnell ausgeschalten bekomme, muss ich dann halt erstmal zur Verteidigung rennen. Und das dauert dann irgendwie auch ein bisschen länger. Ich würde die, glaube ich, gerne wieder einsperren. Schaue ich erstmal, wo die hinlaufen. Aber wir haben natürlich keinen Sandstein. Verdammt. Kommandant, kann ich dich mal zwingen, ein bisschen Sandstein herzustellen? Ich meine, Bauteile haben wir eigentlich genug. Ich denke mal, nicht, dass wir momentan noch so viel brauchen. Und was wir vielleicht auch machen könnten, wir stellen mal hier, dass das auf dem, auf den Boden dann gleich gelegt wird. Kommandant braucht relativ lange, um so einen Sandstein herzustellen. Ich dachte, das wäre ein bisschen einfacher für ihn. So, jetzt haben wir noch einen Waffenhändler. Du könntest eigentlich auch noch ein bisschen Schlacke schmelzen, Kommandant. So. Jetzt haben wir hier noch einen Händler. Da schaue ich auch noch vorbei. Koronis hat einen leichten Zusammenbruch. Was ist mit dir? Leichte Schmelzen fühlt sich entsetzlich und ein bisschen hungrig. Aber das passt an sich. Sehr gut. Die laufen schon mal ganz nett eigentlich hier oben wieder hin. Dann könnte ich die schon mal ganz gut einsperren, glaube ich. Aber ich habe halt keinen Sandstein. Ich habe noch ein bisschen, was ist das? Ist das Kalkstein? Ja, ich glaube, das ist Kalkstein. Kriege ich das hier komplett zu? Ja, das reicht auf jeden Fall. Dann mache ich das mal mit Kalkstein zu. Ich hoffe, dass das passt. Und dass wir das schnell genug erledigen. So, und Kommandant, du schmilzt gerade noch ein bisschen Schlacke. Das ist wunderbar. Dann würde ich sagen, legen wir das hier auch mal auf den Boden. Dann geht das, glaube ich, ein bisschen schneller. So, dann haben wir hier nochmal einen Sandstein. Den können wir natürlich dann auch nochmal herstellen. Oh, und ja, sie sind jetzt verheiratet. Sehr cool. Sehr schön. Dann waren die auf jeden Fall alle auf einer Hochzeit. Dann fühlen die sich schon mal gut. Perfekt. Wunderbar. Okay, gucken wir jetzt nochmal hier drüben, ob wir das hingekriegt haben, die einzusperren. Sieht nicht so aus. Na, vielleicht müssen wir die Wand ein bisschen anders da bauen. Oh, das ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht doch so und so. Ich hoffe halt, dass das einer irgendwie schnell übernimmt. Das wäre ganz gut. Oder ich muss die dazu zwingen. Ja, komm, wir zwingen sie mal kurz dazu. Sarex, das kannst du. Auch eine Wand bauen? Nee, du bist bald kein Bauhandwerker. Chrissy ist aber bestimmt ein Bauhandwerker. Perfekt. So, ich würde die halt gerne kurz einsperren. Und dann legen wir da auf jeden Fall wieder ein Feuerchen. Ich weiß gar nicht, haben wir noch die Person? Ich weiß gar nicht, wer das nochmal war. Ich glaube, Reaction hat ein Feuerchen gelegt. Der hat jetzt einen Molly. Wir nehmen mal wieder das Brandgeschoss. Ja, die Waffenkammer könnte ich auch mal ein bisschen aufräumen. Habe ich hier keinen Brandgeschosswerfer mehr? Oder hat den noch irgendjemand? Ich dachte eigentlich, dass den keiner mehr trägt. Okay, nee, den trägt auf jeden Fall keiner. Aber ich frage mich, wo ist das? Wo ist der Brandgeschosswerfer? Habe ich den verkauft? Eigentlich nicht, oder? Aber ich sehe ihn jetzt einfach nicht. Habe ich den tatsächlich verkauft? Oder ist der verrottet, oder so? Ja, ich kann es, ich meine, ich kann es auch mit dem, ja, ich mache es mit dem Molotov-Cocktail. Das geht ja auch. Aber ich dachte eigentlich, komisch. Naja, vielleicht, vielleicht ist meine Erinnerung irgendwie gerade ein bisschen verkehrt. So, ja, das eine Drombo liegt natürlich jetzt sehr ungünstig. Müsste ich die Wand eigentlich so bauen. Ich hoffe, Hannes, kannst du das schnell machen. Und hier müssen wir natürlich diesen Baum fällen. Der ist natürlich im Weg. Konstruktion fehlgeschlagen, super. So, und das wird auch gleich erledigt. Perfekt. Dann können wir da auf jeden Fall noch ein Dach hinsetzen. Und, ja, ich weiß nicht. Wir können die Folge ja ein bisschen länger machen wieder. Und dann kriegen wir die auf jeden Fall noch diese Folge. Ah, ich sollte vielleicht hier nochmal gucken, wegen dem Händler. Dass ich dem mal kurz nämlich noch was verkaufe. Zum Beispiel dieses Stahltaschenmesser können wir verkaufen. Bauteile würde ich jetzt, glaube ich, nicht kaufen. Die Mörsergeschosse kann ich verkaufen, auf jeden Fall. Die Sachen von den Toten verkaufe ich mal. Die Splittergranate verkaufe ich auch mal. So. Die Hose verkaufe ich. Das Energieschild verkaufe ich. Ja, die Sachen hier kann ich auch alle verkaufen. Gut. Ansonsten würde ich, glaube ich, hier erstmal nichts kaufen. Nee, ich glaube nicht, dass wir da was brauchen. Perfekt. Sehr schön. So, haben wir es jetzt geschafft, die einzusperren? Immer noch nicht so ganz. Ich bin mir nicht sicher, ob das Trombo hier durchlaufen kann. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ohne Husky-Gruppe bleibt das ja richtig cool. Das ist ja cool. Huskies. Drei Stück. Oder? Sind das drei gewesen? Oh, wir sollten auf jeden Fall mal wieder ein paar Tiere schlachten. Das ist ja richtig nice. Okay, die kommen erstmal. Weil die können eigentlich auch ins Arbeitsgebiet. Wo sind denn die jetzt genau? Oh, die sind hier oben. Okay, es sind drei Stück. Wir haben ein weibliches und zwei männliche. Okay. Dann würde ich mal sagen, bringen wir denen auf jeden Fall Transport bei. Ah, das finde ich ja richtig cool. Huskies. Ich würde mal sagen, wir müssen mal hier gucken, dass wir ein paar einschläfern. Ich glaube, wir haben nämlich mittlerweile wieder so viele Tiere. Und da wir ja irgendwann mal noch die Sachen implantieren wollen, brauchen wir auf jeden Fall gute Ärzte. Und einschläfern bringt, glaube ich, pro Arzt so ungefähr 1000 Erfahrungspunkte. Und das lohnt sich auf jeden Fall. So, dann würde ich auch noch hier ein paar Hähne einschläfern. Und die saufen sich halt auch zu. Es ist halt geil, dass die Tiere sich betrinken. Ähm, ich würde auch die Hähne noch einschläfern, glaube ich. So. Die junge Hähne würde ich auch noch einschläfern. Und die hier vielleicht noch. Ist ein bisschen willkürlich. Hat eigentlich kein richtiges System. Also ich würde halt gucken, dass ich mehr weibliche Hühner zum Beispiel habe. Also so, oder auch mehr weibliche Hunde. Weil die männlichen bringen mir ja nicht so viel. So, ich denke, das reicht erstmal. Küken würde ich jetzt nicht einschläfern. Kühe würde ich eigentlich auch nicht einschläfern. Und die Muffloss würde ich jetzt eigentlich auch erstmal so lassen. So, okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Wand hier ist auch fast fertig. Ich glaube, wir müssen natürlich wieder hier ein paar andere Wände noch hinbauen. Kalkstein haben wir noch ein bisschen, oder? Noch ein bisschen. Damit wir nämlich da auf jeden Fall wieder Dächer hinbauen können. Weil hier dürfte das eigentlich passen. Ich müsste dann wahrscheinlich nur gucken, dass ich hier und hier so irgendwie hinbaue. Machen wir hier noch eine hin. Ich denke, das reicht. Und dann werden wir da auf jeden Fall wieder ein Dach hinsetzen. Machen wir es mal so. Okay, das reicht erstmal. Gut, ähm, was habe ich jetzt vergessen? Irgendwas, irgendwas wollte ich gerade noch machen. Die Trombos jagen, das Dach bauen. Irgendwas anderes hatte ich gerade im Kopf. Ich weiß aber nicht mehr. Ne, ich habe es vergessen. War das hier in der Trüben in der Kolonie gehandelt? Habe ich. Ach ja, genau. Die Huskys, ja. Über die Huskys habe ich mich noch gefreut. So, und dann machen wir mal kurz die Geschütze an. Damit wir auf jeden Fall das Wildschwein da kriegen. Oh ja, ich sollte vielleicht die Leute ins Save-Gebiet erstmal setzen. Wo ist denn jetzt das Wildschwein? Ah, hier kommt es, glaube ich, ja. Okay, okay, gut, okay, hat alles geklappt. Sehr schön. Dann machen wir die Geschütze wieder aus. Und alle auf unbegrenzt. Dann brauche ich da erstmal nichts mehr zu machen. Dach wird gebaut. Das sieht auch sehr gut aus. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier so eine kleine Kalksteinwand hinbauen. Aber das dürfte kein Problem werden. Und jetzt haben wir hier eine Prügelei. Wurde, wurde verachtet. Oh, Leute. Oh, der arme Daumen rechts. Das tat ein bisschen weh, glaube ich. So, das Bier können wir natürlich wieder freigeben. Ich gucke mal kurz, wie es mit At Home aussieht. Alkoholtoleranz small. Ah, da müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen drauf achten. So, und die Wände müssen auf jeden Fall auch noch gebaut werden. So, oh, jetzt haben wir sogar noch einen Überfall. Wie viele Maffelos hier einfach sind. Okay. Das sind viele. Das sind... Wobei, die Maffelos sind mehr als die Angreifer, glaube ich. Okay. Ähm. Wir machen mal das jetzt am besten. Ja, komm, wir machen erstmal alle ins Safe-Gebiet kurz. So, und die Tiere mache ich auch mal kurz ins Safe-Gebiet. Okay, das passt schon mal. Und dann schaue ich mal vielleicht kurz vorbei, was die alles dabei haben. Präzisionsgewehr und so, das ist schon mal ganz gut. Die scheinen jetzt umrum zu laufen. Ich habe jetzt wieder nicht darauf geachtet, ob das Butler sind, aber ich glaube mal. Ich denke, ich sollte sie mit Mörsern abschießen. Ich glaube, das würde am besten funktionieren. Aber ich lasse sie mal noch ein bisschen näher kommen. Wobei, ich kann ja schon den einen oder anderen mal reinsetzen. Okay, der Schuss ging schon mal daneben. Ah, der hätte fast treffen können. So, Fluggel, du bist auch schon dabei. Kriegskanten, möchtest du mal ein bisschen mitschießen? Gabri, du von mir aus auch. Oh, wir haben schon einen erledigt. Der Lumpi, den haben wir erwischt. Der gibt sich gerade ein bisschen Drogen. Aber echt nur einen. Okay, aber trotzdem. Oh, das ist unschön, wenn wir unser eigenes Feld abschießen. So, was machen die denn jetzt hier? Irgendwie nicht so viel. Jawohl, das war auch ein ganz guter Treffer, glaube ich. Ja, das war eigentlich ein ganz guter Treffer. Ich wundere mich gerade, dass sie nicht irgendwas angreifen. Ah, jetzt bauen sie mal mal ab. Okay. Nee, jetzt sag mir nicht die... Oh nee, die buddeln sich jetzt hier oben durch, oder? Och nein, das schwächt dann natürlich die Verteidigung immens. Aber wenn wir die jetzt hier... Ah, das war natürlich so knapp. Das hätte den fast erwischt. Der Klingone, du kannst vielleicht auch mal kurz mitschießen. Haben wir hier gerade zwei Leute am selben Mörser? So. Und wie viele Mörsergeschosse haben wir eigentlich noch? 84, ja, das reicht ja locker. Können wir die hier treffen? Komm schon. Jawohl. Ah. Das war ein guter Treffer. Zuerst du gerade zwei bewusstlos gekriegt? Muss man nur noch gucken, dass wir noch einmal irgendwie reinschießen. Dann fliehen die auf jeden Fall. Komm schon, noch einmal eine gute Salve. Ah, ich liebe die Mörser. Das macht so richtig Spaß. Wenn ich echt jetzt noch so 24 davon hätte, wäre richtig geil. Wobei dann die Mörser, dann würden alle fünfmal schießen. Dann hätte ich keine Mörsergeschosse mehr. Wow, okay. Perfekt, perfekt. Stopp, stopp, stopp. Mehr brauchen wir gar nicht mehr machen. Okay, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und dann erstmal alle wieder auf unbegrenzt. Dann die Tiere ins Arbeitsgebiet. So. Jetzt muss ich nochmal gucken. Die Huskies sind auch schon ganz gut. Haben wir denen echt schon was beigebracht? Na? Okay, gehorsam können sie schon mal. Gut, das müssen wir noch fertig bauen. Ja, das mache ich dann vielleicht doch erst nächste Folge. Aber was ich noch gerne machen würde, ist natürlich die Waffen hier reinschleppen. Die hier ausziehen. Und eventuell kann ich noch jemand retten. Jawohl. Aber ich schau mal kurz, wer hier süchtig ist. Wenn nicht. Ah, 4,9 Stunden, das könnte ein bisschen knapp werden. Ich hätte hier mal eine Tür reinbauen sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Aber ich habe eine ganz gute Idee. Ne, ne, so kann ich es gar nicht machen, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Aber komm schon, Livmore. Du kannst doch jetzt den Zen. Ich glaube, Zen, ja. Zen fangen wir auf jeden Fall mal. Wie sieht es mit den anderen aus? Prissy hat noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Zeit. Das ist schon mal gut. Ansonsten. Ah, hier liegt auch noch einer. Der hat auch noch ein bisschen Zeit. Also das könnte eigentlich, ja, das könnte man eigentlich schaffen. Sarix, das kannst du Prissy fangen. Und Christian, du fängst Euterpe. Ich glaube, ansonsten war es das. Dann nehmen wir die ganzen Waffen mit. Wir haben, oh, wir haben wieder einige Präzisionsgewehre erbeutet. Das ist sehr gut. Dann die ganzen Ausziehen. Das hier mitnehmen. Das Silber natürlich. Da, das Wake-Up lasse ich einfach mal draußen liegen. Das verrottet ja mit der Zeit. Ich denke mal, da brauche ich mich erstmal nicht drum kümmern. So, ich würde halt nur gucken, ob wir das schaffen, die alle zu retten noch. Oh, wir haben, ah, da ist noch Fry. Fry, Fry könnte ich vielleicht auch noch kriegen. Ja, versuchen wir, Fry auch noch zu retten. Goofy, kannst du Fry noch fangen? So, mal schauen, ob wir es schaffen. Ah, und ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, ja. Entschuldigung, hab euch vergessen. So, ansonsten, wie sieht es aus mit den Wänden? Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, das machen wir dann in der nächsten. Das jetzt noch, diese Folge zu machen, das würde, glaube ich, ewig dauern. Eindrucksvoll ist schon mal gut. So. Kannst du, Livmore, kannst du? Nein, du bist kein Arzt. Okay. Ah, stimmt, ich habe ja, oh, ich habe ja so viele Ärzte rausgesetzt. Das war vielleicht nicht klug. So, Moment, wir schicken mal Kommandant runter. Ich denke mal, wie lang halt? Zwei Stunden, ja, okay, ich glaube ich, zwei Stunden ist nicht mehr so lang. Ich glaube, wir haben hier keinen Arzt momentan. Okay, ich lasse mal Sarexus kurz ein Arzt sein. Wow, der ist Stufe 1. Hauptsache, dass der ein bisschen behandelt wird, damit er nicht sofort drauf geht. Ah, und Medizin brauchen wir jetzt nicht holen. Nee, 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 nee. Nee, 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 das brauchen wir jetzt nicht machen, Sarexus. Behandeln einfach mal so. Bis Kommandant halt da ist. Und der Rest dürfte eigentlich noch ein bisschen durchhalten. So, ich hoffe, das Kommandant, ja, Kommandant braucht ein bisschen. Doch, das dürften wir eigentlich schaffen. Drei Stunden, vier Stunden, 14 Stunden sowieso. Sehr gut. Kommandant, ähm. Ja, Kommandant, du könntest mal gucken, dass du frei behandelst, ja. Wobei, wir machen, nee, wir tauschen das mal kurz. Wir tauschen das mal kurz. So, wir brauchen hier keine Medizin. Sarexus, du kannst, du kannst frei behandeln. Und Kommandant, du behandelst mal Sen. Perfekt, okay, du machst das automatisch. Gut. Dann schauen wir nochmal nach den Schwierigkeiten. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Da können wir eigentlich sogar gleich die Anwärmungsversuch reinsetzen. hier eigentlich auch. Hier eigentlich auch. Und bei Sen natürlich auch. Perfekt. Bei Grill, wie gesagt, da warte ich noch, bis die Hallo-Wachsucht vorbei ist. Aber ansonsten passt das eigentlich. So, Fry geht's schon mal ganz gut. Sen geht's auch ganz gut. Und wie sieht's aus mit Prissy? Sieht auch ganz gut aus. Also ich denke, da dürfte nichts mehr passieren. Jetzt haben wir noch eine schwere Krankheit. Okay. Sen geht's gut. Prissy auch. Und den anderen geht's auch gut. Okay. Wir müssen nochmal gucken. Wir müssen, glaube ich, hier ein paar Leuten dann wieder ein Bein implantieren. Dachte ich zumindest. Ne, nur die Rippe ist zertrümmert. Okay. Ne, da müssen wir sogar gar nichts machen. Okay, das passt alles. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, war's das, glaube ich, erstmal wieder für die Folge. Groot steht natürlich hier, glaube ich, bei einigen Leichen. Das ist erstmal nicht so schlimm. Ansonsten gucken wir dann halt, dass wir in der nächsten Folge hier noch das Dach fertig bauen. und dann wieder ein kleines Feuerchen legen und dann die Trombos halt schlachten. Ansonsten lief's eigentlich ganz gut, die Folge. Wir haben sehr viele Gefangene gemacht. Es geht voran. Okay, ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.